Rotels RSP 1572 ist eine 7.1 Kanal Vorstufe auf Basis des HDMI 1.4 Standards. Der Entwicklungsschwerpunkt lag hier in einer maximalen Audioqualität durch Fokussierung auf klangrelevante Ausstattungsaspekte. Hollywood zu Hause. Heimkinogenuss in Vollendung. Die Rotel RSP 1572 bietet einen klar durchstrukturierten Aufbau. Wenn wir hier mal ins Gehäuse schauen. Und zwar die vordere Hälfte ist als Netzteil ausgelegt. Die hintere Hälfte besteht aus drei Platinen, die sich jeweils um bestimmte Funktionen kümmern. Beim Netzteil haben wir hier drüben einmal einen sehr hochwertigen Ringkerntrafo. Und auf der anderen Seite, da stehen knapp 45.000 Mikrofarad Siebkapazität als Stromspeicher zur Verfügung. Im hinteren Bereich, wie schon erwähnt, drei Platinen. Die oberste Platine übernimmt die komplette HDMI-Sektion inklusive Bildprocessing. Wir haben dafür einen Faruja-Prozessor. HDMI wird 1 zu 1 durchgeschleift. Das Ganze funktioniert bis 1080p 60 und auch mit 3D. Einer der zwei HDMI-Ausgänge besitzt auch einen Audio-Return-Channel. Wir haben sechs Eingänge. Allerdings, was die Vorstufe nicht kann, ist 4K. Das ist hier natürlich ein bisschen schade. Aber sie ist ja nicht alleine. Es gibt ja viele andere, die das auch noch nicht beherrschen. Der Faruja-Videoprozessor bietet darüber hinaus für die analogen Video-Eingänge auch noch ein Processing. Der bewirkt dann das Upscaling und das De-Interlacing. Dabei möchte ich kurz noch ein paar Worte zum Thema Balanced Design-Konzept verlieren. Denn das ist eines der Schlagworte, die bei Rotel immer mal wieder gerne in irgendein Datenblatt reingeworfen wird. Dabei handelt es sich jetzt nicht um irgendeine spezielle Eigenschaft oder ein Bauteil, sondern es ist das Konzept von Rotel. Mit Balanced Design möchte man hier ausdrücken, dass man jetzt nicht werbewirksam irgendeine spezielle Komponente von dem Vorverstärker oder einer Endstufe nimmt und sagt, wir haben den größten Trafo oder das beste Netzteil oder den neuesten Prozessor, sondern sämtliche Komponenten bei der Entwicklung werden immer in einer Gesamtheit betrachtet. Das heißt, es bringt bei Rotel sehr wenig, beziehungsweise das möchte man da vermeiden, dass man irgendeine Komponente überdimensioniert und andere unterdimensioniert ist. Getreu dem Motto, die Kette ist immer nur so stark wie das schwächste Glied, wird hier eben darauf geachtet, dass man gesamtheitlich vom Anfang bis zum Ende, also praktisch vom Netzteil bis zum Operationsverstärker beim Pre-Out-Ausgang, möglichst ein Niveau hat, ohne dass irgendwas abfällt. Und in dem Zusammenhang achtet Rotel zum Beispiel auch überproportional stark darauf, dass wir hier eine sternförmige Masseführung innerhalb des Gerätes haben, um eben entsprechende Massepotenzialprobleme hier im Keim zu ersticken. Auf der untersten Platine, da haben wir die analogen Audio-Sektionen und Rotel setzt hier, weil es ein 7.1-Kanal-Layout ist, logischerweise auf acht Wandler, wie üblich 24 Bit, 192 Kilohertz, hier aus dem Hause Burr-Brown. Und damit möchte eben dann die Rotel 1572 mit dieser Konstellation punkten. Gucken wir mal auf die Rückseite, an Anschlüssen ist das Ganze hier sehr solide. Was man natürlich vermisst, aber man muss ja immer die Kirche in Dorf lassen, wir reden hier von 2.000 Euro, sind natürlich XLR-Ausgänge. Bietet aber sonst nur die Maranz für das Geld, ansonsten ist das hier wirklich ordentlich. 6 HDMI-Eingänge ist jetzt nicht gerade eine absolute Sensation, aber für die meisten sollte es reichen. Gerät ist ja schon ein paar Tage auf dem Markt, wird aber auch noch längere Zeit im Produktportfolio bleiben. Soweit wie ich weiß, ist noch kein Nachfolger angekündigt, denn im Prinzip kann die ja alles, wenn man das Thema 4K mal ausblendet. Interessant wird es, wenn man das On-Screen-Display mal anschaut. Zunächst mal schon deswegen, wenn ich es jetzt aktiviere, dann sehe ich hier lediglich die kleine Information, Menü on, aber nichts weiter. Also das heißt, das ist leider hier so ein kleines Komfortproblemchen, dass man eben wirklich aufs Bildwiedergabegerät gucken muss und nicht direkt auf dem Display einstellen kann. Und wenn man dann aufs Bildwiedergabegerät schaut, dann erblickt man eine C64-Grafik, die sich auch transparent nicht über das Video belegt. Da muss man ein paar Sekunden warten und dann hat man hier diese sehr karge, puristische Ansicht. Aber okay, wir sind ja deswegen an solchen Geräten interessiert, weil wir die Audio- und Videoqualität haben wollen und nicht in Menüs rumspielen wollen. Aber ist Geschmackssache. Macht nun mal jetzt hier schon einen etwas altbackenen Eindruck. Speziell dann, wenn man sich zunächst mal die Lautsprecher konfiguriert und dann feststellt, dass wir eben relativ grobe Einstellungen haben. Zum einen, was die Entfernung betrifft und zum anderen eben auch gerade in Bezug auf die Einpegelungsoption. Denn hier kann die Rotel immer nur in ganzen dB-Schritten zwischen den Lautsprechern variieren. Wo ich persönlich schon der Meinung bin, dass 0,5 dB innerhalb von hochwertigem System fast schon zu grob ist. Müsste eigentlich mit einem einfachen Firmware-Update zu machen sein. Aber die Rotel, wie schon erwähnt, gibt es ja schon ein bisschen. Und bisher ist noch nichts passiert. Ich gehe nicht davon aus, dass da noch was kommt. Also damit muss man hier leider leben. Ansonsten, was die Trendfrequenzen betrifft, ist Rotel hier gut aufgestellt. Und insbesondere bei den sekundären Klangoptionen gefällt mir das Gerät von dem kompletten Vergleichsfeld sogar schon am besten. Denn man hat hier keine dieser leidigen Raumeinmess, dieser automatischen Raumeinmesssysteme mit integriert, wo dann meistens irgendwas gemacht wird. Und man weiß erstens nicht, was genau der AV-Prozessor jetzt da eigentlich mit den Lautsprechern veranstaltet. Und zum Zweiten habe ich schon häufig festgestellt, dass die Teile einfach nur schlecht klingen. Rotel geht hier erfreulicherweise einen komplett anderen Weg und spendiert uns einen 10-Band-Equalizer. Das hört sich zunächst mal relativ unspektakulär an. Ähnliches gibt es ja auch bei anderen Marken, zum Beispiel bei der Integra-Vorstufe. Aber wir können diesen 10-Band-Equalizer hier deutlich besser konfigurieren, für jeden Kanal einzeln. Und dann kann ich hier sogar wirklich die Frequenz auswählen, um dann zum Beispiel beim Subwoofer ganz gezielt bei einer Trönfrequenz einmal die Frequenz wirklich herzgenau zu definieren. Dann Q, das ist praktisch die Breite, in der der Filter wirkt. Möchte ich nur die eine Frequenz oder vielleicht auch die benachbarten 5 bis, also plus, minus 5 Hertz dann noch mit runterziehen. Und dann hier eben nochmal das Maß der Absenkung bzw. Anhebung. Also da ist die Vorstufe wirklich sensationell gut aufgestellt und macht genau das, was man eigentlich als anspruchsvoller Heimkino-Enthusiast von einer Vorstufe erwartet, was eben die Einstellungsoption betrifft. Schade nur eben, dass das grobe Einstellen der Lautsprecher beim Einpegeln nicht etwas besser gelöst ist. So viel mal in aller Kürze jetzt hier zum technischen Aufbau der RSP 1572. Wir haben natürlich auch das Gerät durchgemessen. Dabei haben sich jetzt hier keine Besonderheiten gezeigt. Wir haben hier eine ganz normale, hochklassige Messung, sowohl was den Pure-Modus betrifft, als auch im DSP-Betrieb. Und auch was die Vorstufensektion und den Clure betrifft, geht die RSP 1572 bis ca. 6 Volt Ausgangsspannung ohne nennenswerten Clure. Also man kann mit ihr auch wirklich schön laut hören. Ja, so viel mal jetzt hier zu der Vorstufe. Und jetzt nochmal abschließend alle wichtigen technischen Daten für Sie zusammengefasst. Rotels RSP 1572 hat hier in dem Vergleichsfeld ausgesprochen gut abgeschnitten. Hauptsächlich wegen zwei Punkten. Zum einen spielt diese Vorstufe im Bass sehr, sehr präzise, sehr antrittsstark, sehr dynamisch und auch sehr kräftig. Und zum Zweiten ist die Detaillierung über den kompletten Frequenzbereich von einer sehr großen Sauberkeit und Durchzeichnung geprägt. In der Gesamtheit, gerade wenn man die Tonalität betrachtet, spielt die 1572 eher ein Tickchen kälter bzw. analytischer als jetzt zum Beispiel so wie die Marant 7701. Die ist da ja eher im warmen Bereich angesiedelt und sorgt dafür, dass Stimmen schön kräftig und kernig klingen. Die Rotel macht es dann eher durch Sauberkeit und Differenzierung. Merkt man zum Beispiel sehr deutlich beim Hobbit in der Szene, wo die Zwerge beim Kamin sitzen und hier ein Lied trellern. Da haben wir so zwei Punkte, wo dann jeweils nochmal zusätzliche Sänger mit einsteigen. Und gerade hier die einzelnen Stimmprofile herauszuarbeiten, das ist eine der großen Stärken von der RSP 1572. Und auch im Bassbereich ist es im Prinzip sehr ähnlich, dass die hier einfach sehr viel differenzierter arbeitet und eben den Hörer wirklich sehr tief, quasi wie mit einer Lupe, in das cineastische Geschehen eintauchen lässt. Im Hochtonbereich spielt sie ebenfalls sehr informationsreich, sehr offen, sehr brillant und auch mit viel Prägnanz. Also da wird einem nichts irgendwie vorenthalten oder weich gezeichnet oder schön geschminkt. Es ist sogar eher so, dass ich sagen würde, die 1572 hat eine leichte Härte im Klangbild, was allerdings grundsätzlich mal gar nichts Schlechtes sein muss. Denn wenn man zum Beispiel zersplitternde Glasscheiben hat, wie zum Beispiel bei Super 8 in der Tankstellenszene, wirkt das Heimkino dadurch ungemein lebendig und frisch und dynamisch. Also das muss jeweils dann immer zum Höreindruck zu den Lautsprechern und dem Raum passen. Und ja, was die natürlich generell gut kann, ist alles auch rund um das Thema Raumabbildung. Denn sie hat ein gutes Timing, löst wunderbar ab. Die Akteure lösen sich auch von der Sprache sehr gut vom Center Speaker. Und meine Empfehlung ist gerade dann für die 1572 gegeben, wenn man Lautsprecher hat, die wandnah stehen oder wenn man generell eben zum Beispiel hier mit einer akustisch transparenten Leinwand arbeitet oder einen Raum hat, der relativ gut bedämpft ist. Da kann man auch gut die zusätzliche Portion im Hochtonbereich vertragen. Sie hat jetzt nicht die Eigenschaft, dass sie obenrum extrem luftig oder weich spielt. Wie schon erwähnt, da haben wir eben dann noch nachher andere Kandidaten hier im Vergleichsfeld, aber vom Grundprinzip sehr schnell, sehr hart, sehr dynamisch, sehr direkt. Was mir zum Beispiel auch gut gefällt, ist hier der Soundtrack Up in the Air. Sehr gitarrenlastig und das liegt der Hotel exzellent. Während wiederum zum Beispiel Nora Jones Konzerte mit Nummer 7701 vielleicht noch ein bisschen emotionaler und schmelziger spielen. Aber wie schon oft erwähnt, das ist dann einfach ein Stück weit immer von der Anlagenkonstellation und dem persönlichen Geschmack abhängig. Rund um die hervorragenden Klangeigenschaften von der Hotel 1572 muss man natürlich hier auch nochmal sagen, Fernbedienung ist nicht wirklich sonderlich ergonomisch, fügt sich zum speziellen On-Screen-Menü nahtlos ein. Es ist auch ein bisschen nervig, dass ich hier immer Zwangseinblendungen der Lautstärkeregelung habe. Das kann ich leider nicht abschalten. Was die HDMI-Kombinatorik betrifft, habe ich leider feststellen müssen, dass die Hotel dann nicht immer völlig problemlos läuft. Hin und wieder, gerade beim Testbetrieb, wenn man mal einen anderen Client dransteckt oder verschiedene Kabel ausprobiert oder einen Beamer wechselt, wollte die doch hin und wieder mal ein- und ausgeschaltet werden. Und mit langen Kabeln muss man wirklich mal testen, dass man welche findet, die problemlos laufen. Oder auch, ob man zwei eingesteckt hat oder nicht. Also im Bereich HDMI war die nicht immer ganz so problemlos. Aber unterm Strich habe ich sie immer zum Laufen gebracht, in allen Testkonstellationen. Und ja, für das, was hier an Klangdetailierung, an Präzision rauskommt, für das Geld ist das hier wirklich eine kleine Sensation bzw. eine Überraschung. Und in der Summe ganz klar meiner persönlichen Meinung nach, gerade hier in dem Raum, für die Lautsprecher hier, für mich die beste Wahl im Preisbereich unter 3.000 Euro. Die Rotel 1572, die beschreitet eine sehr interessante Gratwanderung. Die hat nämlich so das Mindestmaß an Ausstattung drin, was man braucht. Aber so viele Sachen dann halt eben doch nicht. Ich würde mir hier lediglich nur XLR-Ausgänge wünschen. Aber davon mal abgesehen, dass auch die Lautsprecher-Einstellung nicht wirklich so detailliert hier vonstatten geht und das Onske-Menü wirklich an C64-Zeiten erinnert. Aber für 2.000 Euro klingt die sensationell gut und ist nicht weit von den absoluten High-End-Vorstufen entfernt. Also für mich war die Rotel 1572 die positive Überraschung, sozusagen der geheime Sieger hier von dem Test. Man muss natürlich gucken, dass die Gesamtabstimmung, die so ein bisschen ins Kalt, ins Analytische abdriftet, auch wirklich zu ihrem Anwendungsfall passt. Aber vom Grundsatz her, was Präzision, Auflösung, Dynamik betrifft, ist die Vorstufe für 2.000 Euro eine echte Hausnummer. Wir gehen dann wirklich her und bieten unseren Kunden die Möglichkeit an, ausgewählte Vorstufen natürlich nicht alle, sonst wäre es eine tagesfüllende Veranstaltung, in Kombination mit einem von unseren Lautsprechersystemen ausgiebig zu hören und sich dabei selbst die Meinung zu bilden, welche Vorstufe wir Ihnen dann verkaufen und mit gutem Service ausliefern können. Ich hoffe, es war für Sie interessant und hat Ihnen gefallen. Ich bedanke mich für das Interesse und wenn Sie sich mit solchen Vorstufen mal genauer auseinandersetzen wollen, dann freut sich unsere Hotline. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017